So Leute, zack, zack. Sorry, wir sind ein bisschen zu spät. Jetzt geht's los. Aufnahme-Beprüfung, alle anstellen, los. Er macht's vor, ihr macht's nach. Los, zeig den Jungs, wie's geht. Und Mädels, tut mir leid. Los geht's. Soll ich zeigen? Einmal performen hier. Einmal performen. Los geht's. Los geht's. So wird's gemacht. So Leute, passt auf, wenn ihr ins Wasser geht. Haier immer aufpassen. Und wenn ihr gegessen habt, halbe Stunde warten, okay? Alles klar? Gut. Das Wasser ist viel zu flach. Ihr könnt von da nicht springen. Das ist zu flach. Kommt nach, hier runter. Das ist viel zu hoch. Nee, nee, nee. Das geht nicht. Da runter springt, brecht euch alles. Das ist zu gefährlich. Kommt. Pfeift noch mal. Ihr versteht's nicht. Pfeift noch mal. Habt ihr es jetzt? Aber ab. So, jetzt will ich aber hier Seepferdchen sehen. Komm. Nein. Seepferdchen. Meine Mama hat gesagt, ich darf nicht ins Wasser. Wenn ihr euch jetzt ein bisschen kooperativ zeigt, dann bleiben wir bei einer Verwarnung. Ja. Und wenn wir uns nicht kooperativ zeigen? Dann gibt's hier aber OCR-Verbot. Das ist hier die Uferbefestigung. Ihr macht das hier alles kaputt. Das befestigt den Strand. Das ist hier der Bühnenbereich. Da dürfen keine Fallschirme drauf liegen. Hallo Leute. Universal hat uns engagiert, ein professionelles Video zu machen. Hier werden weder Kosten noch Mühen gescheut, einen waschechten Strand herzustellen. Auf Basis eines Spielplatzes. Also, hochmoderne Technologien am Werk. Ach komm, ich mach mal mit. Guck. Sieht auch aus wie ein Strand und gar nicht wie eine Baustelle, wo irgendwie ein Gabelstapel drüber gefällt. Ach Quatsch. Aber halt hier so ein Kettenfahrzeug. Wisst ihr, was ich mein? Da vorne ist Ufer Klaus. Mach jetzt aus. Nicht übel. Was machst du da? Ich mach den Stand natürlicher. The Peter Way. Diesmal hat uns tatsächlich Universal beauftragt, mal hier so eine kleine Aktion zu machen. Weil die haben gesagt, ich sehe eins zu eins aus wie The Rock. Das ist der neue Baywatch. In diesem Fall ist euch das nicht aufgefallen. Heute released der neue DVD vom Baywatch. Ich bin so wild. In der Beschreibung findet ihr nochmal den Link zum Trailer, falls ihr euch noch nicht entscheiden könnt. Ich hab eine Sache anders gesagt. Ich war übrigens natürlich. Das war voll gut. Falls ihr euch... Los geht's mit euch!